Ja hier ist aber auch wieder nichts. Gold, da ist wieder dunkel. Eisen. Nee. Erstmal die Rohstoffe hier mitnehmen. Ja. Ja, Rohstoffe baue ich jetzt schon gar nicht mehr ab, weil Vollinventar und so. Ja, ich will ja immer nichts liegen lassen. Das ist ja immer. Ja, aber sonst baue ich es ab und dann bleibt es liegen. Ja, ist natürlich auch doof. Oh, ich habe noch einen anderen Gang wieder gefunden. Ach, da bist du auch. Irgendwo war hier noch... Jetzt hätte ich dich fast geschlagen. Ja, das hätte ich aber wahrscheinlich überlebt. Irgendwo war hier doch... Ach so, das Gold hast du schon abgebaut. Ja, oh, sorry. Irgendwo muss da auch noch ein Spinn... Spinn-Spawner gewesen sein. Irgendwo höre ich hier... Ganz... Ganz übel spinnen, ja. Ja, habe ich auch gerade noch irgendwo nie gehört. Gut, hier ist Ende. Wo bist du denn? Du bist da hinten. Ich bin schon wieder irgendwo runtergefallen. Ja, ich komme mal zu dir. Lalilu, lalilu. Äh, waren wir hier schon? Hier ist alles... Geobsidian, ne? Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Ja, keine Ahnung. Ja, ansonsten würde ich schon sagen, dass es Sinn macht, zurückzugehen, oder? Weil... Weil ich könnte ja einfach mal hier noch markieren, dass wir hier waren. Ach so, auf deiner Karte da, ja. Genau. Und dann könnte man ja hier immer noch mal irgendwann zurückkommen. Was, denke ich mal, nicht unbedingt verkehrt ist. Ähm, ja, dann mach doch das. Okay. Irgendwo stirbt hier ein Zombie. Ich habe auch gerade irgendwas gehört. Geile... Höhle... Eins. So, ich baue... Oh. Ich wollte mich gerade hochbauen, hab hier aber einen anderen Gang gefunden. Der geht ein bisschen nach oben. Ich folge dem einfach mal, mal gucken. Und wir sind jetzt hier direkt über... Oh, fuck. Alter. Alles ist hier... Da geht's wieder lang. Sag mal, wo bist denn du jetzt schon wieder? Du bist mir schon wieder abgehauen. Ja, ich bin hier irgendwo hingegangen und ich habe Gold gefunden und Monster. Ja, ich bin ein bisschen über dir. So, Skelett ist... Ich irre dich nicht sein. Skelett kommt hier wieder hoch. Stirb, Zombie. Ja, ich bin hier irgendwo, wo wir schon waren. Jedenfalls sind hier teilweise Lichter. Ich bin auch gerade irgendwo, wo wir schon waren, aber das... Das sagt nicht so viel aus. Ich wollte gerade sagen, das ist recht unaus. Hier ist ganz viel Kohle und so. Ja, bei mir auch. Hast du noch Platz? Äh, nee, nicht so wirklich. Ja, ich habe hier gerade Holz rausgeworfen. Das werde ich jetzt wohl auch nicht mehr brauchen. Jetzt so ganz hier am Ende. Lava. Wo bist du denn jetzt? Yo, 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 Diamanten gefunden. Krasser Shit. Wie viele? Und wo? Weiß ich noch nicht. Stirb. Mindest 3. Nein. 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 Tod? Nein, nein, nein. Aber hier ist noch Lava. Brauchst du den Wassereimer? Das wäre auch voll geil. Äh. Ich weiß aber nicht, wo du bist. Bin bei minus 100, also 1113. Ja. Und 465. Äh. Das müsste ja da irgendwo sein. Der Penis, hier ist überall noch Lava. Ich sehe dich nicht. Moment. Wie bist du denn da hingekommen überhaupt? Das ist unten, äh, bei Dingens. Bei Obsidian. Und ich... Ich sehe dich ganz in der Ferne. Okay. Das ist doch schon mal besser als... Äh, ich mach mal ein bisschen Licht. Äh, ja, ich sehe dich. Warte. Und hör... Hier höre ich wieder die... Spinnen. Irgendwo ganz übel. So. Ach, wo bist du denn ganz? Hat... Heißt du... Hände... Hände... Hände gefunden? Ja, ich komme gerade von oben. Okay. So. Oh, da. Ich hab's gefunden. Hallo. Au. Au. Hallo. Äh, was? Ja, Mann. Oh, ja. Ah. Ich kann dir da Wasser hinkippen, wenn du dich dann besser fühlst. Warte, ich kipp's, äh, obendrauf. Ja. Ich hab nur Angst, dass hier direkt labert. Nein, ihr seid nicht. Ah. Da. Ja, dafür ist das Wasser dann gut. Das waren, glaube ich, vier oder so. So, dann hab ich auch noch mal 16 Diamanten. Alter, das ist so krasser Scheiß. Wie viel hast du denn jetzt? Mach noch mal weg hier, bitte. Äh, Moment. So, Wasser mal ihm weg. Ach, Redstone. Ach, kann ich gar nicht mehr mitnehmen, Redstone. Ich auch nicht. Äh, ich hab 12. Und ich hab 16. Warte mal, dann geb ich dir noch die 16 hier. Guck mal, ich kann noch ein Stack Cobblestone wegtun. Dann, da ist noch Redstone, den kann ich mitnehmen. Was hab ich denn jetzt hier wieder aufgenommen, ey? Ich weiß nicht, ach so, mein Cobblestone wahrscheinlich. Ja, genau, den will ich aber gar nicht. Stattdessen, äh, was kann ich denn da noch mitnehmen? Lieber Eisen, Redstone oder Kohle? Keine Ahnung. Was machst du denn da hinten jetzt schon wieder? Nur abbauen. Aber wir wollten raus, ne? Ja. Okay, soll ich einfach mal hier den Navi benutzen und unseren Höhleneingang wieder suchen? Findest du das denn? Sonst würde ich einfach sagen, hochbauen. Äh, Höhleneingang. Das müssen in die Richtung hier. Mach noch mal eben andere Musik an. Äh, ja, die ist gut. Oh, hier ist noch Eisen. Äh, warte mal, das nehme ich noch mit. Ja, ich geh schon mal hier nur in die Richtung. Shit, ich kann keine Eisen mehr mitnehmen. Ähm, ach komm, hier. Sieben Holzblöcke tue ich mal eben weg. Ich hab sowieso noch normales Holz. Äh, ich weiß schon nicht mehr, wo du bist. Äh, scheiße. Äh, seh ich deinen Namen irgendwo? Oh, 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 oh. Äh, okay, ich seh dich. Äh, ach, ist gut. Moment, da bist du? Ich komm hier grad durch die Wand. Ich hab keine Ahnung, wo du langgegangen bist. Ich hab Redstone gefunden. Wo kommst denn du durch die Wand? Das würde mich ja jetzt schon interessieren. Ja, äh, hier. Ich hab einen Gang gefunden. Ich glaub, der ist richtig. Hier bin ich. Okay. Äh, wir müssen Höhleneingang in diese Richtung hier. Sollen wir uns hier einfach mal hochbuddeln? Ja, würd ich sagen. Mach einfach mal. Ja gut, sonst, wenn du dich da hochbuddelst, dann, äh, keine Ahnung. Genau, dann kannst du ja hier unten nochmal gucken, ob du doch noch was findest, was ja ziemlich geil wäre. Den kann ich auch vielleicht nochmal eben meine, ähm, meine Eisenspitzsack hier aufbrauchen. Ja, das bietet sich natürlich auch noch an und ich muss was essen. Ich hab schon wieder voll den Hunger hier, äh. Und mein Inventar ist so voll, das ist ja pervers. Aber die Schnitzel halten ganz schön lange. Ja. Also ich bin losgegangen mit 32, glaub ich. Jetzt hab ich immer noch 24. Ja, ich hab immer nur das billige Brot dabei. Aber... Ja, weil Brot ist, glaub ich, auch gar nicht so schlecht, ne? Ja, ist schon... Was kriegt man da? Drei? Ja, ich glaub drei. Drei Hungerpunkte. Äh, was lass ich denn jetzt hier noch liegen? Also ich hätte immer noch jetzt einen Stack Cobblestone, den ich hier hinschmeißen könnte. Ja, okay. Ich hab jetzt hier nochmal einen Pfeil liegen lassen. Das war jetzt nicht der Verlust. Beziehungsweise ich hätte auch noch den Stack mit Holz. Den könnte ich notfalls auch da lassen. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas... Die Schallplatte hab ich auch noch, die könnte man noch hier lassen. Erstmal hab ich jetzt aber noch wieder Kohle gefunden. Kohle? Achso, welches Level hast du denn jetzt eigentlich? Ich bin jetzt... Creeper? Äh, Level 29. Achso, ich bin 33 jetzt. Oder gleich schon 34. Hm, ich kann keine Kohle mehr mitnehmen. Ich seh' dich, aber du hast keine Diamanten mehr gefunden. Ähm, ich schmeiße weg. Achso, hier. Das Feuerzeug schmeiß ich jetzt mal weg. Das brauchen wir ja auch nicht mehr. Nee, nicht wirklich. Wie weit bist du denn mit dem Hochbauen? Ja, bin doch nicht so weit. Ich sag dann Bescheid. Huch, sonst baue ich mich noch mal eben. Alter, Vater. Ich hab einen Creeper gehört. Alter, das war ja mal voll uncool. Der ist von oben runtergefallen. Und hier ist nicht nur einer. Hier sind gleich direkt zwei. Verpiss dich und geh von mir aus hoch. Das ist mir so Wayne, ob du hoch gehst. Ah, du machst das schon. Ja, du bist im Spinnennetz fest, ne? Ja, 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 ja. Ist alles nicht so schlimm. Der Papa macht das. Tja, sieht nicht so aus, als wenn ich hier noch was finde. Oh, und ich geh schon wieder irgendwo runter. Das ist nicht gut. Ich, äh, konzentriere mich lieber mal hier voll und ganz auf den Weg. Hm, die Spitzhacke ist gleich hinüber. Dann hätte ich wieder einen Platz frei. Und mein Schwert ist auch nicht mehr so gut. Das räumt dann auch noch wieder einen Platz rein. Aber ich komme dir jetzt mal hinterher. Ja, brauchst du eigentlich noch nicht. Aber okay. Wir sind auch jetzt erst bei 31. Ich würde dann echt was sagen. Oh, Gleise. Die nehme ich nochmal eben mit. Ja, ansonsten, wenn du weiterbauen willst, würde ich nochmal unten eben gucken. Weil dann lass ich dir hier was da. Dann gehe ich mit meiner... Äh, mal ein bisschen Licht machen. Ich, äh, glaube ich nehme Kohle wieder mit. Äh, so. Was packe ich dir hin? Ich habe dir mal hier Redstone 64 hingelegt. Oh, Moment, ich komme. Oh, ich bin... Da. Ähm, ja. Gut, dann mal eben gucken. Was lasse ich jetzt hier? Stickies. Ach, komm, hier das Holz lasse ich hier. Ja, Holz habe ich schon so lange jetzt rausgeworfen. Ja, hier ist ja sonst auch überall was. Und wenn wir jetzt sowieso nach oben gehen, dann brauche ich auch keine neuen. Aber zwölf Stickies habe ich sonst noch. Die kann ich dann noch benutzen für Fackeln oder was auch immer. Mhm. Und ja. Level 30 bin ich dann auch wieder. Ja, ich glaube, dann kann ich mir auch mal... Alter, hier ist ein Enderman und zwei Spinnen, die sich auf mich geiern. Aber ich überlebe das. Das war... Deine Spitzhacke. Ja, fuck it, wo bin ich denn gerade hergekommen? Ja, verlauf dich nicht wieder. Das passiert gerade. Es ist schon passiert, schätze ich. So. Äh, ich baue mich mal hier hoch.